18 Trainer bilden sich weiter. Eine Trainerausbildung, ein tadelloses polizeiliches erweitertes Führungszeugnis und eine Erste-Hilfe-Ausbildung für Ersthelfer sind die Voraussetzungen, um ein Kampfsporttraining verantwortlich leiten zu können. Unterstützt vom Kooperationspartner, dem Evangelischen Gymnasium Lippstadt, fand die Ersthelfer-Ausbildung in deren Räumen statt. Geleitet wurde die... Alter, das ist zu wenig... Text... Ich... bis zu den Namen... Alter, da muss doch mehr sein... ...dramatische Musik ...dramatische Musik ...dramatische Musik Vielen Dank.